Es war einmal eine finstere Zeit, als edle Ritter um holde Fräulein buhlten, als Gaukler ihre Künste vorführten, der Medikus den Bedürftigen half. Galileo reist für Sie in die Vergangenheit. Was ist Mythos? Was ist Wahrheit? Und wie würde es uns im Mittelalter ergehen? Galileo auf den Spuren eines finsteren Zeitalters. Ab morgen 19 Uhr, ProSieben. Die sponsern wir auch nicht. Snickers wünscht weiterhin viel Spaß.